Ich find's gut, dass ein Team einfach Zombie hieß. Hätt's ja wenigstens Zombie-Gewinn nennen können. Das können wir jetzt skippen, ja. Brille und Tieren und Ricky. Oh, das eine Team heißt wirklich Zombie jetzt, okay. Warte mal, seid ihr ein Zombie oder seid ihr ein Zombie? Ich hoffe, ihr. Also wenn wir Brille und Tieren und Ricky sind und ihr Zombie, dann hätt ich viele Fragen. Brille und Ricky. Krasse Bausteine. Hab schon. Ist auch eine Nintendo-Nazul dabei? Brille, Tieren und Ricky. Warum bin ich eigentlich nur Ricky? Oh, das ist eine gute Frage. Easy. Hier trägt jeder eine Brille. Was sind überhaupt Tiefkühlwaffeln? Oh, die sind lecker. Ja, Eggos. Was? Keine Ahnung, wenn man die... Warum macht man die tief? Ja, das stimmt. Warum macht man die tief? Das sind doch so... Die sind für den Toaster, glaube ich. Ich glaube, die existieren in Deutschland nicht. Auch gefroren. Ich müsste mal schauen. Ja, ja. Ich kenn's nur aus Stranger Things, also ja. Bei den ganzen Kuchen und sowas gibt's das bestimmt irgendwie. Naja, auch schon drei. Was soll überhaupt gefrorener Fertigreis? Was will ich damit? Ja, gefrorener Reis ist auch wild. Das ist doch dämlich. Das war ein gefrorener Fertigreis. Was soll das sein? Das ist ja vorher bei gefroren und auch nicht mal gekocht. Wie kann da keine Pizza dabei gewesen sein? Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Würde ich aber nicht essen. Wollt ihr euch eine gefrorene Pizza reinziehen oder was? Ja, das würde ich auch nicht machen. Klar. Digga, schmäcker. Die Erstrunde ist ganz leicht. Ihr werdet versuchen, die Top 3 Antworten zu finden. Kein Problem, oder? Nicht wirklich. Ich glaube, wir haben alle dasselbe gewählt, gefühlt. Ja, es gab nur drei Dinge, die Sinn ergeben. Dino Nuggets, Digga. Dino Nuggets. Die hab ich gar nicht gewählt. Was? Ja, du bist ja auch Veganer. Was? Nein, nein, das finde ich auch widerlich. Ich würd nicht gefrorenes Fleisch. Was? Dino Nuggets? Gefrorenes Geflügel? Leute! Was? Lutschst du dann da raus? Riki, Riki, stopp. Du tust grad so, als würden wir Dino Nuggets nicht mögen. Warte mal, warte mal. Aber es geht darum, dass wir gefroren sind. Ach so! Riki war das so ein lockeres Ding, ey. Ja, die gefroren. Ich hab so von... Ach so, die kommen nicht in die Mikrowelle vorher, oder so. Nee, gefroren. In die Mikrowelle? Ja, die müssen wir lutschen. Okay. Ja, stimmt. Aber Moment mal, Moggi hat einen Punkt, was für Mikrowelle ist. Wenn du sie auftaust, soll ich nicht in die Mikrowelle. Vielleicht hat sie in der Mikrowelle so eine Grillfunktion, oder so. Okay. Ich mein, ja. Okay, Jungs. 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 Was habt ihr sonst weit oben? Riki hatte mal einen Ofen, der so groß war wie die Mikrowelle. Ah, die Schnauze! Ich hab Waffeln, Dino-Nuggets und Fischstäbchen genommen. Ja, verratet uns bitte, was ihr oben habt. Aber Maeve, lässt du so mit dir umgehen eigentlich? Ich verzeih mal Schnauze. Jodi, Jodi, Jodi. Jodi, Jodi, Jodi. Was, was denn? Erbs und Möhren? Ja, Erbs und Möhren. Wir wollen Platz 1, oder? Ja. Wir wollen die 3. Platz 1 sind zu 100% Waffeln. Was? Ja, okay, ich wär okay. Oh, Waffeln? Hab ich aber auch genommen. Klar, Waffeln sind Platz 1, oder 2, weil... Aber bei uns? Platz 1 sind die Windbeutel. Windbeutel, ne? Die Windbeutel hab ich auch gedacht. Was sind denn Windbeutel? Hat jemand was gegen Windbeutel einzuwenden? Nein, nein, nein. Windbeutel wird sogar Platz 1 rein. Mach die Windbeutel rein. Ich würd mich auch gefroren essen. Ich glaub, die einzige Statistik, die verborgen wurde, wurde durch Riki, weil er irgendwie gefrorene Dino-Nuggets essen will. Ich hab Dino-Nuggets auch auf Platz 1 gefahren. Oh nein! Was? Ja, ich wusste ums jeder. Ich dachte mir, ja, Dino-Nuggets. Das ist es doch. Okay, dann hab ich keine Ahnung, wo wir rein sollen. Die Dino-Nuggets lutschen, ich weiß nicht. Wir nehmen die Dino-Nuggets! Wir nehmen die Dino-Nuggets, Jungs! Ich mag... Ja, let's go, Riki! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ja! Alter, ne, also wisst ihr was? Die Panade macht mich... Ich find die Panade schlimmer als den Nuggets selbst. Ja, die Garnelen! Warum sind die Garnelen weiter oben? Oh mein Gott, was ihr isst denn? Die rohen Garnelen, Alter! Ey, so Garnelen... Warte, die Garnelen hab ich auch angeklickt, glaube ich. Was ist los mit euch? Wollt ihr alle ins Krankenhaus? Nee, die... Die taunt besser auf... Gefrorener Fisch ist doch nicht schlimm, was? Mit wem fährst du nicht mit? Mit wem fährst du nicht mit? Mit wem fährst du nicht mit? Sag mal, wieso denn das denn, wenn wir gefrorene Sachen essen? Du trampst durch die Gegend. Ich bin verschwört. Mit wem fährst du nicht mit? Ich bin verschwört. Mit wem fährst du nicht mit? Okay. Hm... Mopedfahrer ohne Helm ist natürlich auch sehr dubios. Nimmt der Mann mit Rollschuhen mich auf seinen Rollschuhen mit, oder wie? Ne, vielleicht fährt er mit Rollschuhen Auto. Oder fährt er hier genau. Warum würde man mit dem Bus voller Fußballspieler nicht mitfahren wollen? Ja, das stimmt. Keine Ahnung, das ist halt nur ein bisschen nervig. Äh, okay, der war gerade auf meiner Platz 1, aber... Warum sind die nervig? Die sind gerade auf dem Weg zum Spiel und zurück. Das sind die Fußballfans. Das sind die Spieler-Fulli. Ja, weiß ich nicht, was die alles... Was ist eigentlich... Warum heißen die... Ach so, es sind nicht die Fans. Oh ja, okay, das ist das Argument. Was ist eigentlich der CEO eines Foodtrucks? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich quasi. Ich bin quasi CEO eines Fußtrucks. Ja, CEO finde ich ein bisschen... Chief Executive Officer eines einzigen Trucks. Chief Executive Officer, das ist so stark. Ach, vier Stück muss ich auswählen. Das ist die Abkürzung da. Ja, ja, das ist einfach eines Foodtrucks. Eines Foodtrucks. Kannst du mich jetzt niederreden, oder was? Die Zeit ist so gut. Ne, ne, alles gut. Ich mach das Wort einfach. Das Linkity müsste aber Somewhere Gewinnt heißen immer noch. Ne. Sonst gibt das gar keinen Sinn. In dieser Runde sucht ihr nach den Antworten... Stimmt. Das ist ja ein Ding wie hin. Aber vielleicht sagen sie am Ende, Zombie gewinnt. Zombie gewinnt. Team Zombie gewinnt. Also, mit wem werden wir nicht mitfahren? Kleinkind im Minivan ist Platz 1 wahrscheinlich. Ja, okay. Ja. Karin dann einfach, oder? Karin ist sicher auf zwei, drei oder vier. Ach. Na, Karin kommt man klar, oder? Was? Haben wir einen Mopedfahrer ohne Helm, oder was? Also, ich hab... Also, ich denke, Mann mit Rollschuhen. Ich denke, der Mann mit Rollschuhen ist nicht auf Platz 1, aber weit oben. Ich hab Mopedfahrer ohne Helm sehr weit oben. Ja, Mann mit Rollschuhen, da stimme ich zu. Das ist komisch. Den Mann mit Rollschuhen willst du nicht. Wir sollten gar nicht zu lange diskutieren, weil es gibt den anderen nur zu viele Hinweise. Ja. Hallo, ich will auch was sagen. Ja, aber es gibt den anderen nur Hinweise. Der Mann mit Rollschuhen war falsch. Super. Krass, krass. Okay. Okay, Jörg. Stefan ist aber auch Platz 1, tatsächlich. Ich glaube... Ich glaube, dass nicht, dass Karin Platz 1 ist. Also, ich hab's dir bei mir auf 1 gefahren. Gar nicht. Dann ist sie auf 2 oder 3 oder 4. Dann ist Karin gut, würde ich sagen. Nee, hast du recht. Dann ist es möglich. Dann ist es vielleicht in der Range. Seid ihr beim verdächtigt ruhigen Trucker mitgefahren? Nee, 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 nee. Das ist doch das Verdächtigste. Den Mann mit Rollschuhen fahre ich auch dran. Also, alles gut. Die Leute sind nicht Trucker geworden, weil sie gut mit anderen Menschen klarkommen. Na, deswegen ja. Ja, aber verdächtig ruhiger Trucker oder einfach nur... Also, Karin. Nimm Karin. Nicht alle verdächtig ruhig. Ich bin beim verdächtig ruhigen Trucker nicht mitgefahren, aber... Ich auch nicht, ich auch nicht. Ähm... Ich würde nicht fahren. Das war wirklich kein Problem, dass der No-Social awkward ist. Ja, lass ihn doch den armen Mann in Ruhe. Ja, eben. Das ist wahr, aber... Würdet ihr bei einem Moped-Fahrer ohne Helm mitfahren? Wird schon eher bei einem Helm mitfahren, ja. Ja. Klar. Mach Karin jetzt. Was soll passieren? Karin. 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 Dino Nuggets. Dino Nuggets. Gute Karin. Oh mein. 2. Wow. Yes. Okay. Moped-Fahrer ohne Helm. Ganz klar. Ohne Helm zu fahren. Ganz klar. Ohne Helm ist nicht das Problem bei mir gewesen. Aber ich noch auf dem Moped mit rauf hinten? Ja, das ist ein Problem. Und dann noch ohne Helm. Das ist gar nicht. Und dann noch nicht. Du kannst keinen Platz auffahren, Mann, mate. Der ist ganz oben gewesen. Der Moped könnt ihr klicken. Der klingt ja durchsch. Ich hatte Kleinkette Minivan auf eins auch. Ja. Ja. Ich glaube ich 1 oder 2. Weiß gar nicht mehr. Yes. Stark. Also wenn es Kleinkette nur auf Platz 2 ist, frage ich nicht, was du gruseliger fandest. Der Moped-Fahrer ohne Helm. Ich bin jetzt komplett los. Was machen wir jetzt? Easy. Also ich habe gewählt zum Beispiel, wo ich nicht mitfahren würde, wäre zum Beispiel noch der verdächtig ruhige Trucker. Und Kleinkette Minivan. Kleinkette Minivan. Aber es könnte auch eins sein, ne? Johnny, was hast du gewählt? Nee, der verdächtig ruhige Trucker. Also ich würde im Bus weinen, was ich gesagt habe, nicht zuhört habe. Also ich ertrage Kleinkinder so easy, das stört mich gar nicht. Ja, ich habe auch kein Problem damit. Ein Kleinkind weint ja auch nicht die ganze Zeit. Das ist einfach nur... Hattest du das überhaupt irgendwo gewählt, Johnny? Mit dem kannst du dich so ein bisschen unterhalten. Nein. Da steht extra verdächtig. Da steht verdächtig. Wenn das einfach nur ein gechillter Dude ist, dann fang ich mit. Wenn das nur ruhiger Trucker gewesen wäre, dann würde ich mit. Der Mann mit Rollstuhl im Auto ist verdächtig. Der Mann mit Rollstuhl ist halt so viel schlimmer. Egal wie verdächtig der Trucker ist. Ich habe den Mann mit Rollstuhl mit Rollstuhl auch genommen. Scheiße, was wählen wir jetzt? Kleinkind oder was? Trucker. Trucker? Ich habe Kleinkind im Minivan genommen. Das ist Platz 1. Nö, das will ich dem Kleinkind nicht anpassen. Das ist nicht Platz 1. Ihr habt alle gesagt, ihr habt ihn nicht gewählt. Das Kind? Was hast du gegen das Kleinkind? Was? Was soll da passieren? Das hier ist nervig. Das hier ist nervig. Wenn es schreit, ist es super nervig. Das schreit nicht. Das ist ein Kleinkind. Das ist kein Baby. Außerdem... Wie soll das Kleinkind vorgefahren? Ich weiß, was... Wo die Definition anfängt und aufhört. Wenn es ein Baby ist, sehe ich es. Würdest du bei einem Kind in einem Auto mitfahren? Es hat nicht mal einen Führerschein. Achso. Stimmt. So kann es natürlich auch ausgehen. So habe ich das gedacht, dass das Kind das Auto fährt. Mario. Gumba. Böse Pilze. Loderschlange. Schlange aus Feuer. Am verstörendsten. Verstörend. Boah. Ich kann nicht mehr schlafen. Böse Pilze. Warum sind keine Koopas drin? Eigentlich. Das ist Platz 1. Das ist Platz 2. Können nicht verstörend aussehen. Äh. Fertig. Pfff. Ja, doch. So ungefähr. Ja, keine Ahnung. Die Hälfte der Zeit ist um. Geist mit Zähnen. Ich bin übrigens kein böser Pilz. Ich bin glücklicher Pilz, die Runde. Ja, schau dich mal an. Du bist am Grinsen ein bisschen über beide Ecken. Mhm. Da wird zwar ein bisschen viel Gold eingesteckt, aber das ist ja nicht böse. Na, das habe ich ja auch gemacht. Wir sind hier fertig. Machen wir weiter. Rikki, der Einzige, der mit seinem Beutel noch rumläuft. Ja und? Rikki ist sorg... Rikki ist nicht... Süßes oder saures. Hier werden Sachen gesammelt. Kann man das skippen? Noch nicht. Nee, das nicht. Man, ich muss noch ein bisschen warten, bis man es erst skippen kann. Ist bisschen komisch. Okay, was glaubt ihr es auf der Acht? Was war am wenigsten verstörend für euch? Also für mich war Boohoo am wenigsten verstörend. Echt? Ich fand Shiger am wenigsten verstörend. Ich auch. Der hat mich ganz oben. Das sieht ja genauso aus wie in den Re-Life wie in den Games. Shiger hat einfach nur ne Maske. Der sieht ja nix. Was? Der ist nur ne Maske so verstörend? Der sieht in Re-Life genauso aus wie in den Games. Ja, also so ein Goomba wäre ja super seltsam. Im Echt. Aber die Maske ist ja gleich. Aber er ist klein. Ja. Ich würd sagen... Warte mal, warte mal. Eine beißende Pflanze. Eine Piranha-Pflanze. Die würde, glaub ich, am wenigsten verstörend aussehen. Die Piranha-Pflanze ist auch nicht sehr verstörend. Fuli, wähl was aus! Fuli, wähl was aus! Fuli, wähl was hier! Ja, okay! Mann! Ich hab Shiger genommen. Den hab ich auf jeden Fall nicht gewählt. Also. Also. Glaubst du, glaubt ihr jemand hat Kugel-Willi gewählt? Ja. Okay. Nächste Frage. Die fucking Loderschlange. Niemand weiß, ob die Loderschlange überhaupt gemeint ist. Stimmt! Die hat keiner genommen. Niemand erinnert sich an die Loderschlange. Niemand erinnert sich an die Loderschlange. Die sieht ja nicht verstörend aus. Die sieht ja aus wie ne Feierkugel, die rumhüpft. Die würden ultra cool aussehen. Da ist der Safe-Platz 80. Die würden einfach Feuerwerk und Zirkus austritt haben. Niemand stimmt für die Loderschlange. Niemand stimmt für die Loderschlange. Also zwei Fackeln sind erhalten. Aber wir haben nur zwei Fackeln. Hatten die anderen nicht voll viele? Oh Gott. Ja, die anderen haben voll viele. Ist das Problem. Okay. Was ist mit der wütenden Sonne? Die ist ultra verstörend. Die hab ich auf Platz 1. Die hab ich auf Platz 1. Die hab ich auch auf 1. Natürlich ist das Platz 1. WTF? Also ich würde sagen... Stell dir vor, die würdest ne Sonne sehen, die so wütend... Was? Ich glaube... Das ist das wütendste, was ich je gesehen hab. Das ist das wütendste, was ich je gesehen hab. Ich glaube, es ist der Kugel-Willi. Weißt du, wie riesig die sein würde? Das ist schlimmer als der Mond aus Macho aus Mars. Entweder Kugel-Willi oder Shy Guy. Ja, aber ganz ehrlich, ne Kugel ist halt okay. Die hat halt Arm und Beine. Hattet ihr den Kugel-Willi. Buh hab ich auch nicht genommen. Buh hab ich auf Platz 5. Hab ich ja auch. Ja, ist der Kugel-Willi. Ja, ist der Kugel-Willi. Kugel-Willi? Ja, ist der Kugel-Willi. Dann wähl, Ricky. Dann wähl. Dann wähl. Wähl doch. Wähl doch, Mann, Ricky. Wähl doch, Mann, Ricky. Jawoll! Guckt euch dieses Geschosse. Reingeschossen! Ja, dann jetzt der Shy Guy, oder? Ah, ich hab Shy Guy auch nicht gewählt. Ich auch nicht. Mit Mittelfeld irgendwo. Shy Guy fänd ich halt auch null gruselig. Dann lass reingehen, Shy Guy. Weil die anderen haben ihn auch alle nicht gewählt. Ja, alle anderen würde ich sagen, kann man... Nur ich hab da oben, das ist gruselig. Nur ich und Ricky haben da ein paar Punkte reingebüllert. Also, der dürfte nicht... Ja, okay, okay. Shy, 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 Shy Guy. Der Shy Guy. Halt du scheiße, 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 scheiß drauf. Nein! Was? Okay, krass. Wer hat denn den so weit oben? Ja, Ricky. Ich hab mir noch einen kamen. Ich find, Shy Guy sieht in den Games schon gruselig aus. Aber in Real Life wäre der ja nicht anders. Haben wir grad keine Zeit für. Ja? Was würdet ihr sonst für nicht gruseligen? Ja, deine Goomba, was böse Pilze sind. Ja, deine Goomba, was böse Pilze sind. Oh, das hab ich voll weit oben. Piranha-Pflanze, weißt du, das ist einfach nur ne Pflanze. Piranha-Pflanze hatte ich aber auch relativ. Es ist wirklich nur ne Pflanze, ne? Hattet ihr mal gesehen, wie groß die Piranha-Pflanze ist? Warte mal, haben wir nicht gesagt, wir hatten Buhu auf 5 oder so? Also, ich hatte Buhu auf 5. Also, ich hatte Buhu auf 5. Ich hatte Buhu auf 5. Ja, okay, wir hatten's recht low, dann wer Buhu, würde ich sagen. Ich hätte gesagt Piranha-Pflanze. Ich hab Buhu auf 1. Ich hätte Buhu auf 1. Ich hätte Buhu auf 1. Ich hätte Piranha-Pflanze. Ich hab auch den Buhu auf 1. Was? Warum ist der Geist am wenigsten gruselig für euch? Warum habt ihr mehr Angst vor so einem kleinen Typ mit einer Metallmaske, als einfach ein echtes Gespenst mit Zähnen? Ich nicht. Extra nochmal. Das ist bestimmt gar keine Metallmaske. Jetzt der Shy Guy Jungs, oder? Ja, rein in den Shy Guy. Das ist bestimmt gar nicht, was das Mittel ist. Wir bleiben beim Shy Guy. Der Shy Guy lässt uns nicht im Stich, richtig? Ja. Richtig. Richtig. Dann ist es jetzt die Piranha-Pflanze, Jungs. Jawoll, ja. Okay. Ja, okay, wenn... Ja. Die hatten den... Piranha-Pflanze! Okay, okay, okay. Ich finde, der Buhu würde... Das Konzept wäre natürlich gruselig, dass es geistig ist, aber wenn die so aussehen, wenn die so aussehen wie ein Buhu, finde ich die süß. Was? Na, vor allem, weil die sich so verhalten. Ich guck die an und die dann so, ah, guck mich nicht an, ich werd rot. Was würdet ihr sagen, wenn wir auf die sengende Sonne gehen? Weil ich hab sie relativ weit oben gesetzt, aber die sengende Sonne ist ein komisches Konzept. Die Sonne hab ich gar nicht benutzt. Ich hab die gar nicht genommen. Ja, dann easy. Ja, dann ist es echt... Dann gehen wir direkt rein, damit wir nicht länger diskutieren. Fully hat's auch nicht genommen. Nee, hat ich auch nicht. Ich stell's euch mal vor, jetzt mal, wenn ihr drüber nachdenkt. Das ist schon Platz 1, oder? Nee. Ich hab die auf Platz 2 oder so. Wenn ihr die wirklich sehen würdet, im echten Leben, Fully. Boah, warten wir jetzt, Jungs. Was? Wie, nee? Johnny, konzentriere dich hier drauf! Johnny! 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 Nein, konzentriere dich! Wir sind dran! Halt die Schnauze jetzt! Johnny ist doch aggressiv! Ich lass mich doch reden! Ich weiß auch nicht! Der ist aggressiv! Der schreibt mich an! Ja, weil wir uns entscheiden müssen! Ja, ich weiß das so. Also! Kettenhund oder Piranha Pflanze? Was hat... Hatte dir Kettenhund irgendwie drinnen? Oder... Weil du... Jaja, Kettenhund find ich super gruselig tatsächlich! Okay, okay, dann nehmen wir Piranha Pflanze, oder? Oder? Okay! Würde ich auch sagen. Das wollte ich jetzt, kannst du weiter diskutieren. Ja, alles gut. Mit dir selbst. Mag, du, ich will doch nicht angeschrieben werden. Shit, shit, shit. Ich wollte doch nicht anschreien, ich wollte nur so aufhörst zu reden. Ja, das hast du jetzt. Ja, Mensch, da ist ja noch viel übrig. Ich glaube, wir haben verloren, ne? Na, dann wiederum, wir haben so oder so verloren. Wir haben ja zwei Fackeln, also egal, wenn wir richtig anworten haben, ist das nicht richtig. Kettenhund. Ja, Kettenhund ist Platz 2. Ich habe Uro bei mir auf Platz 1 auch. Ich habe Uro auf Platz 1 genommen. Kettenhund war bei mir 5 oder so, also ja. Ja, bei mir auch. Ketten, ja. Ja, aber wir haben in der letzten Runde richtig viel richtig erraten. Ich glaube, wir haben nur einmal falsch geraten jetzt. Ja, wir hatten halt nur zwei Fackeln. Na. Ich denke, wir haben uns okay geschlagen in der letzten Runde. Brille, Hirn und Ricky. Nice. Obwohl wir uns so gut geschlagen haben, haben wir trotzdem verloren. Was ne Brille. Ne, ist das so merkwürdig? Was sein Ricky? Was ein Herne. Wir haben zwei Worte entscheiden einfach alles. Ja, das ist bescheuert. Das ist aber bei allen Jackbox-Spielen so. Ich finde, das Spiel macht halt auch Spaß, aber dieses Gewinnen macht keinen Spaß, also dieses Punktesystem nicht. Das Game ist super, aber irgendwie das Ende ist immer so egal. Das ist in allen Jackbox-Spielen. Irgendwie schon. Ja. Ja, die Sache zu der Sonne steht doch nicht dabei, dass die einen angreifen will. Vielleicht greift die ja jemand anders an. Nee, wenn du eine Sonne siehst mit einem Gesicht, das ist ja riesig. Das ist ja so, wisst ihr, wie ich meine? Nee, die ist nicht riesig. Das ist schon eine kleine Feuerkugel. Ich hab die Sonne mit Mario auch auf Platz. Ach so. Ja, dann, wenn das... Du hast dich auch im Spiel gesehen, Johnny. Die fliegt auf Mario zu. Ich weiß, aber das ist... Nee, ich hab's mir vorgestellt, wie noch so viel gruseliger als den Mond aus Majora's Mask. Majora's Mask-Mond ist nur gruselig, weil er immer näher kommt, finde ich. Nicht wegen dem Gesicht alleine. Nein, das ist gruselig, weil ein so riesiges Objekt wütend schaut. Das finde ich super gruselig, tatsächlich. Aber vielleicht bin das nur ich. Ich find's gruselig, weil's näher kommt. Ja, ich find das sehr, sehr, sehr einschichtbar, wenn er immer größer und größer ist. Im Spiel finde ich ihn nicht gruselig. Ich meine halt, wenn's wirklich passieren würde. So ein Celestial Being, was dich wütend anschaut, find ich krass. Würde ihr da chillen? Ja, das war ne Runde Paul-Mein, würde ich sagen. Ja, war Paul-Mein. Paul-Mein. Wir haben richtig reingepoilt. Ja, wir haben ein paar Umfragen gemacht. Wir haben herausgefunden, dass... Ich will die Nuggets roh essen. Ich hab sie auf Platz 1. Ja, das ist ja auch auf Platz 1. Ich find's ein bisschen klar, wenn ich sie die Frage meint war. Dass irgendwie nicht so aufgelöst wird, wer wann was gebaut hat. Bei anderen Jackbox-Spiegern gibt's am Ende noch so lustige Sachen, so der hat als einziger Disc gewählt, peinlich und so. Ja, genau. Ja, stimmt. Das fehlt hier irgendwie so. Fehlt hier irgendwie, ja. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Na gut, tschüss.